Hallo, Vage! Wie geht's? Ich bin Phoenix und ich bin sehr dankbar, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammen schauen, wie die Energie für dich für kommende Woche steht. Schauen wir mal zusammen, Vage. Schauen wir mal zusammen. Schauen wir mal zusammen. Hinter dem Deck hast du zweite Stäbe, Vage. Die Nummer zweiter Stäbe kann auch über einen Wunsch reden. Ich habe einen Wunsch. Ich bin am Nachdenken. Also das ist eine Karte, die über die Gedanken spricht. Ich bin am Nachdenken. Ich möchte hier schon eine Handlung machen, etwas machen. Ja, ich habe einen Wunsch, aber ich bin am Nachdenken. Zweite Stäbe kann auch über eine Distanz reden. Vage, eine Distanz zu einer Situation, zu einer Person. Eine geografische Distanz. Ich könnte bei dir gerade Internet sehen. Internet, ja. Wenn wir hier mit einer geografischen Distanz zu tun haben, klar, man kommuniziert über Internet. Oder ich kann diese eine Person über Internet beobachten, klar. Ich kann beobachten, ich kann beobachtet werden. Es ist logisch über Internet, ja. Ich spüre hier bei dir eine starke Energie. Wenn ich dir ehrlich bin, ja, Vage. Die Nummer zwei zeigt sich hier. Die Nummer zwei spricht über eine Dualität. Eine Entscheidung sogar. Eine Reise in dem Fall hier. Ich möchte eine Reise machen. Also das ist eine Karte hier, die, wie gesagt, erstmal mit den Gedanken zu tun hat. Ich mache keine Handlung hier. Ich treffe also keine Entscheidung, keine Handlung. Aber die Gedanken sind hier stark. Ja. Über eine Königin der Stäbe. Königin der Stäbe, Folie-Element. Ständzeichen Löwe, Schütze, Ständzeichen Wider. Bei dir auf diesem Wörfel ist Ständzeichen Skorpion. Aber hier sehe ich zwei Königinnen, wenn ich dir ehrlich bin, ja. Also hier ist die Königin der Schwerter, Königin der Stäbe und Zweide Stäbe. Wir können auch über zwei Männer reden. In dem Fall sind zwei Frauen jetzt gekommen. Ja, hier gibt es eine Dualität. Es ist deutlich, ja. Es ist deutlich. Vierter Schwerter. Die Gedanken bei dir. Ja, Vage. Die Gedanken sind hier. Schau bitte jetzt, was wir hier für dich für kommende Woche haben. Du hast eine starke Energie, wenn ich dir ehrlich bin. Du hast hier die Nummer fünfte Kerlchen, die Karte der Stern und die Karte der Herrscher. Die Karte der Herrscher, Vage. Ich bin am Nachdenken. Ich bin mir nicht sicher. Hatten wir diese Karte nicht für dich auch? Für vorige Woche hatten wir auch eine starke Energie für dich gehabt? Ich glaube sogar, der Herrscher in dieser Position, ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher, Vage. Aber du hast gerade wieder mal eine starke Energie. Ich spüre die Energie von einem Herrscher. Sternzeichen wieder. Sternzeichen wieder hast du hier tatsächlich sehr stark, ja. Also, dieser Sternzeichen ist sehr stark auf dem Tisch. Sternzeichen wieder. Ich sehe einen Herrscher. Eine starke Energie. Das ist ein Geschäftsmann. Das ist eine Geschäftsfrau. Das ist eine Firma. Das ist eine starke Energie hier, ja. Das ist die Arbeit. Wie gesagt, in der Mitte hast du die Karte der Stern. Eine der besten Karten im Tarot, ja. Also die Karte der Stern. Sternzeichen Wasser. Man zeigt sich hier jetzt. Vage. Ich meine jetzt. Du hast hier eine starke Energie. Wie ich dir das sage. Die Karte der Stern und der Herrscher in dieser Position, so wie wir das hier haben, deuten auf sehr gute Vorzeichen für dich. Wenn das jetzt Arbeit ist für dich. Ich brauche dir wirklich hier nichts zu sagen. Das ist eine starke Energie. Wir reden hier ja über sehr gute Vorzeichen. Eine sehr positive Energie. Sehr viel Kreativität für dich. Eine neue Mentalität, ja. Der Stern in der Mitte, der Herrscher, eine neue Mentalität gibt es hier. Und fünfte Kirche spricht für mich über dieses Loslassen. Diese fünfte Kirche in dieser Position, Evage, spricht natürlich über eine Traurigkeit. Aber ich lasse los. Weil du hast dann auch die Karte der Stern. Wir reden über eine Heilung. Also eigentlich, wenn ich das hier sehe und ich hier eine Traurigkeit sehe, Ich sehe das nicht mehr. Also ich war traurig. Ich war traurig. Aber jetzt nicht mehr. Ich habe geheilt. Hier gibt es eine Heilung. Mir geht es gut. Ich spüre hier sehr viel Erfolg für dich, Vage. Eine sehr starke, erfolgreiche Energie ist hier zu spüren. Berufsleben, dein Berufsleben, eine starke Energie für dich. Oder sonst nochmals, du fängst hier was Neues an. Das hat mit deinem Berufsleben zu tun. Eine wichtige Firma zeigt sich. Vielleicht möchtest du über Internet auch arbeiten. Also du möchtest, ja, über Internet irgendwie dich bekannt machen. Ich spüre hier eine Person, die irgendwie berühmt ist oder bekannt ist. Die gleiche Energie, glaube ich, hatte ich gerade beim Sternzeichen Wassermann. Tatsächlich, Vage, du hast mit dem Sternzeichen Wassermann auch eine Synchronisierung. Also hier spüre ich sehr, sehr stark, Sternzeichen Wider, sehr stark, Sternzeichen Wider, sehr stark, Skorpion, Löwe, Fische, Wassermann. Ich spüre bei dir sehr viel Stabilität, Vage, sehr, sehr viel Stabilität hier. Das ist der Herrscher, das ist Nummer 4. Das ist Erfolg, das ist einfach eine starke Energie. Eine neue Mentalität bei dir, Vage, eine neue Mentalität. Wir schauen weiter, ich weiß auch nicht. Ich meine, jetzt momentan ist die Energie ziemlich interessant. Überhaupt, die Karte der Stern deutet auch auf Klarheit, ja. Auf Klarheit, auf Licht. Nochmals, die Königin der Stäbe. Die Königin der Stäbe, unabhängig jetzt, welche Sternzeichen wir hier haben, zeigt sich bei dir zweimal, die Königin der Stäbe. Und, ja, Sternzeichen Wider, natürlich. Wow, der Buben der Stäbe. Du hast so viele Stäben auf dem Tisch, Vage. Du hast viel Feuer. Viel, viel Feuer hier. Wow, die Nummer 5. Die Nummer 5, 5. Die Nummer 5. Und der Herrscher nochmals. Starkenergie. Starkenergie, Vage. Du hast eine starke Energie hier. Der Buben der Schwerter. Buben der Schwerter, Königin der Schwerter. Buben der Stäbe, Königin der Stäbe. Der Herrscher. Viele Menschen. Der König der Münzen. Schau mal bitte, jetzt, Vage. In der Mitte hast du diesen Buben. Buben der Stäbe. Und du siehst, diese Person ist sehr berühmt. Ist berühmt. Diese Person unterschreibt Autogramms. Und zusammen mit der Karte der Stern. Du hast schon hier eine Energie. Ich weiß nicht, für mich rede. Aber du hast hier eine Energie von einer Person, die bekannt ist, berühmt ist. Wassermann zeigt sich, wie gesagt, Feuer-Element sehr stark. Aber du hast diese Energie hier. Weil, wie du siehst, diese beiden Karten zusammen reden darüber. Es könnte sogar sein, Vage, dass entweder du online dich bekannt geben möchtest. Also, du bist ein Sänger. Du bist ein Sänger. Oder du hast irgendeine Gabe. Du hast tatsächlich eine Gabe, die du der Welt zeigen möchtest. Ja, diese Gabe möchtest du der Welt zeigen. Das ist die Energie, die ich hier spüre. Wirklich für eine Gruppe von Sternzeichen, Vage. Ich spüre sehr viel Erfolg hier bei dir. Sehr viel Erfolg. Ja? Sehr viel Stabilität. Ich meine, jetzt, du hast die Nummer 4, 4, 4 auf dem Tisch. Du hast 4, 4, 4 und 4. 4 mal die Nummer 4. Ich sehe bei dir sehr viel Stabilität, Vage. So sehe ich das und so sage ich dir das auch. Ich spüre bei dir eine erfolgreiche Energie. Wir reden für dich über deine Zukunft. Und deine Zukunft zeigt sich mit sehr guten Vorzeichen. Die Karte der Stern ist eine Karte, die nicht so schnell ist. Wir reden über die Zukunft tatsächlich hier. Weil alles, also macht man Bö a Bö, oder? Schritt für Schritt machen wir unseren Weg. Und das ist natürlich die Karte der Stern. Ist Bö a Bö, aber sehr positiv. Wir reden hier über Zeichen. Das Universum sendet Zeichen, ja? Wir reden über eine Heilung, Klarheit, Licht, eine Reinigung in der Energie. Eine neue Mentalität und sehr viel Kreativität. So ist es. Ich spüre eine starke Energie bei dir. Ich kann das immer wieder sagen, Vage. Immer wieder. Du hast hier eine starke Energie. Es ist nicht anders zu sagen, ich meine jetzt. Ich meine, ich bin sprachlos. Schau mal, du hast hier den Herrscher, ach, der Stäbe und der Herrscher. Du hast zweimal die Karte der Herrscher hier. Ja, ich spüre schon einen Chef, ein Chef hier. Das ist eine Person, die selbstständig ist, eine Person, die eine eigene Firma hat. Egal ob Frau oder Mann, ja? Ich habe hier zwei Menschen, die gleich sind. Sollten diese zwei Personen jetzt verschiedene Menschen sein? Sagen wir mal jetzt so, ja? Hier zeigt sich der Herrscher, aber hier auch. Aber in der Mitte der 8. Stäbe ist hier eine Reise, Kommunikation, viel Kommunikation über Internet, sieht man hier. Aber ich sehe hier, Vage, zwei Menschen, die gleich sind. Zwei Menschen, die sehr viel Erfolg zeigen, unabhängig sind, selbstständig sind. Zwei Menschen sind hier gleich. Hast du hier jetzt mit einem Geschäftspartner zu tun? Sind diese Menschen jetzt hier, die arbeiten zusammen? Und wir reden hier über Geschäftspartnern. Reden wir darüber hier. Ich sehe die Arbeit sehr stark bei dir. Vage, ich sehe halt die Arbeit. Ja, ich sehe hier andere Sachen, aber wenn ich dir ehrlich bin, das ist für mich so, so stark für eine Stabilität, was mit dem Berufsleben zu tun hat, die Arbeit. Eine Entwicklung hier und das ist eine starke Energie. Ja, ich spüre hier, es ist auch Vage, du hast hier fünfte Kälte, die Königin der Stäbe und fünfte Kälte. Du hast ja natürlich eine Traurigkeit, ist da zu sehen. Zweimal die Nummer fünfte Kälte, du siehst ja selber. Ich spüre hier schon eine Traurigkeit und das hat mit einer Königin der Stäbe zu tun. Denn die Königin der Stäbe zeigt sich zweimal auch, aber auch eine Königin der Schwerter. Ja, ich sehe zwei Königinnen hier, können auch zwei Männer sein. Es gibt eine Traurigkeit hier mit einer Person. Unabhängig, welche Ständzeichen die Person hat. Weil die Leidenschaft ist ja da. Also diese Person, die ich hier habe, Vage, hat Altersunterschied mit dir. Ich sehe Altersunterschied, wenn könnte man hier Altersunterschied sehen, außer du hast hier jetzt mit einer neuen Person zu tun. Du hast mit einer neuen Person zu tun. Ja, und das zeigt sich. Vage, was du machst, gerade weiß ich nicht. Aber bei dir zeigt sich einfach eine starke Stabilität. Und es sieht gut aus. Es sieht gut aus, Vage. Du merkst ja, ich habe hier eine Person mit sehr viel Erfolg im Beruf leben. Du siehst ja, wir reden hier sehr stark für dich über Arbeit. Aber du merkst ja auch eine andere Situation hier, was mit der Liebe oder mit den Gefühlen zu tun hat. Ja, die Emotionen sind da. Du merkst ja, also ich spüre hier die Arbeit sehr, sehr stark bei dir. Aber auch eine andere Situation könnte man hier sehen. Eine Traurigkeit, einen Verlust mit einer Person. Ich rede über einen Loslassen. Fünfte Kirchen zweimal. Wir reden über am Ende loslassen. Weil es bleibt uns nicht anders übrig. Diese Karte kam heute auch. Diese Karte kam nämlich heute auch. Zusammen mit der Herrscher. Jetzt, Vage. Vielleicht sagt dir das etwas. Diese Karte zeigt sich. Dream Machines. Ich habe hier mit der Karte der Stern einen Traum. Das ist eine Dream Machine. Es gibt schon einen Traum. Und dann diese Karte sagt, du bist zwischen einem Ex und einer neuen Person. Das kann schon möglich sein. Diese Karte kommt oft erst bei dir. Du bist zwischen einem Ex und einer neuen Person. Und das ist natürlich diese zweite Stäbe. Zweite Stäbe und diese zwei Frauen. Diese zwei Frauen sind da. Können auch zwei Männer sein. Ja. Zweite Kerlchen. Die Nummer zwei, zwei. Ich habe die schon lange nicht mehr gesehen gehabt. Schaue bitte jetzt mit der Herrscher. Schau mal die Karte, die gekommen ist. Diese Karte habe ich jetzt sehr lange nicht mehr bekommen gehabt. Also der Herrscher und das ganze Geld hier. Ich spüre sehr viel. Ja, die ganze Zeit reden wir bei dir über viel Stabilität. Über Reichhaltigkeit der Herrscher. Und das ist viel Geld, viel Stabilität mit vier Münzen. Ich spüre bei dir diese Situation. Ich sehe hier viel Stabilität. Dann zeigt sich hier eine Reise und zwei der Kerlchen. Also du siehst hier ein Flugzeug, Koffer und zwei Menschen am Tanzen. Die haben Spaß. Also eine Reise sieht man hier. Ich habe hier zwei Herrscher. Ich weiß auch nicht. Hier sieht man diese Person mit einem Freundlichen, sehr freundlich, sehr nett, mit diesem Herrscher. Du kannst natürlich auch zwischen zwei Herrschern sein. Zwei Herrscher oder zwei Herrscherinnen sind hier. Der eine hat Geld. Der ein Herrscher hat Geld. Und diesem anderen Herrscher ein schönes Gesicht. Jetzt musst du entscheiden. Du bleibst mit diesem schönes Gesicht oder mit dem, der so viel Geld hat. Also hier ist eine Person, die sehr viel Geld hat und die andere Person, die ein nettes Gesicht hat. Schau mal bitte jetzt. Nächste Waage. Du hast hier vierde Münzen plus diese Karte. Kommt auch momentan oft aus, würde ich sagen. Hier sieht man auch eine Person plus vierde Münzen. Hier sieht man eine Person, die ich nicht loslassen möchte. So ungefähr, ja. Ich möchte nicht loslassen. Und hier sieht man fünfte Kerlchen mit einer Person und Kind. Hier sieht man eine Frau mit Baby, eine Frau mit Kind. Und das ist dieses fünfte Kerlchen, ja. Das ist diese Traurigkeit. Mutter und Kind. Ja. Die Traurigkeit zeigt sich hier mit dieser Mutter und Kind. Die Königin der Stäbe mit dieser Karte. Ich befreie mich. Klar. Das Gefühl, was ich hier habe, wage, ist eine Person, die sich befreien, befreien wollte. Eine Person wollte sich hier befreien, frei sein. Ja. Und das, ja, und das, deswegen diese Traurigkeit. Das kann sogar die Mutter deiner Kinder sein. Das kann die Mutter deiner Kinder, der Vater deiner Kinder sein. Eine Person, die sich befreien wollte, frei sein wollte. Und irgendwie Spaß haben wollte. Also, ich möchte irgendwie leben, Spaß haben, ausgehen, mich freuen. Das Gefühl ist da. Eine Person, die wirklich einfach sich befreien wollte. Und ja, es gibt hier sogar eine dritte Person, die Nummer drei. Aber, wie gesagt, ich spüre bei dir diese Traurigkeit, wage, außer die Lebung spiegelt sich für die Cross-Watchers. Dass das anders ist, ja. Dass du dich befreien wolltest und das, ja. Die Energie zeigt sich hier. Aber, wage, wie gesagt, die Karte der Stern sagt uns, es zeigt sich eine neue Situation für dich. Weil du, es gibt diese Heilung. Diese Karte spricht über eine Heilung, über eine Reinigung in der Energie. Und auch eine neue Situation, eine neue Person. Ja. Interessant jetzt, wage, ist diese Karte, diese Puppe hier, plus diese. Weil, weil hier könnten wir eine Klinik sehen, das ist eine Klinik oder ein Krankenhaus. Wir könnten hier für jemanden die Situation haben, dass eine Person hier eine Entgiftung machen musste. Ist das eine Entgiftung oder ist das eine Heilung tatsächlich? Eine Heilung? Zum Beispiel, eine Person, die eine sehr traurig war oder irgendeine emotionelle Situation hatte, also sehr traurig war tatsächlich. Und zum Beispiel, eine Person, die jetzt sehr viel Alkohol getrunken hat. Das ist jetzt nur ein Beispiel, wage, ja. Also meine Vergangenheit war so kompliziert für mich. Ich habe darunter so gelitten, dass ich einfach angefangen habe, mehr Alkohol zu trinken. Und zum Beispiel, ja. So weit bin ich gekommen, dass ich mich stationieren musste. Ich habe mich in einer Klinik, ich war in einer Klinik, in einem Krankenhaus und ich musste da eine Entgiftung machen. Ja. Diese Situation spüre ich hier nämlich auch, wage. Ich spüre hier eine Situation, die nicht leicht war, nicht einfach war für eine bestimmte Person. Das hat hier mit einer Beziehung, mit einer Person zu tun. Und jetzt geht es mir viel besser. Jetzt geht es mir viel besser. Und jetzt zeigt sich für mich eine andere Situation. Das ist die Energie. Und wage, die Karten fragen dich, bist du bereit für eine neue Welt? Diese Karte bekam, glaube ich, Stenzas und Stier. In KW 39, glaube ich. Ja, KW 39. Bist du bereit für eine neue Welt? Riskiert, sagt die Karte. Du sollst sie riskieren. Ich denke, du bist wirklich sehr stark am Nachdenken, weil eigentlich diese Karte könnte schon für dich reden, wage. Als Luftelement, ja. Hier haben wir mit den Gedanken zu tun. Eine Person tatsächlich hier. Ja, eine Person und die Legung kann sich ja spiegeln für die Cross-Watchers. Aber eine Person ist tatsächlich hier sehr stark am Nachdenken. Ja. Sehr, sehr stark am Nachdenken. Das ist wahr. Eine Person, die jetzt geheilt hat. Ich habe geheilt. Mir geht es jetzt gut. Ich bin in meiner Selbstachtung. Diese Karte spricht wieder über diese Selbstachtung. Ja. Mir geht es gut. Ich habe geheilt. Ich bin in meiner Selbstliebe, in meiner Selbstachtung. Ja. Und jetzt aber zeigt sich bei dir, wage, eine starke Anziehung für eine bestimmte Person. Und hier habe ich jetzt Planet Mars. Das ist ein Sternzeichen Wider. Sternzeichen Wider zeigt sich bei dir stark, wie nie. Also Sternzeichen Wider zeigt sich hier tatsächlich, wage. Und ich spüre hier eine starke Anziehung für eine Person. Man ist hier enttäuscht von einer anderen Person. Das spüre ich auch. Ja. Hier siehst du zwei Menschen, die getrennt sind. Hier siehst du zwei Menschen, die sind getrennt hier. Und diese Person, die enttäuscht, beobachtet ist und enttäuscht ist. Ich spüre hier schon eine Enttäuschung. Ja. Haben wir ja gesehen. Ich spüre aber auch eine Heilung. Und mir geht es jetzt gut. Mir geht es einfach gut. Ja. Ich spüre wirklich eine Person tatsächlich, die in seinem Gleichgewicht ist. Sternzeichen Wage ist hier. Ja. Das ist deine Energie. Ja. Also man findet diesen Gleichgewicht. Mir geht es jetzt gut. Und. Löse deine Ängste auf. Steht hier. Löse deine Ängste auf. Fasse Tritt in deine Macht. Fasse Tritt in deine Macht. Und das ist Sternzeichen Wider nochmals. Und für mich Wage, du bist hier, wow. Du hast hier eine starke Energie bei dir. Entweder weil du mit so einer Person zu tun hast. Tatsächlich habe ich hier bei dir gerade Sternzeichen Wider. Irgendwie. Weil alles spricht über diese Sternzeichen. Alles spricht darüber. Die Energie sagt hier. Fasse Tritt in deine Macht. Und das ist der Herrscher. Das ist die Macht von einem Herrscher. Und das ist dieses Planet Mars. Planet Mars. Und das sprichst du über diese Anziehungskraft. Dieses. Du hast natürlich diese Energie hier. Ich meine jetzt. Ja. Klar. Und dann kommt hier noch Anziehungskraft. Ich meine, das hat uns noch gefehlt. Anziehungskraft. Bringe deine Liebe zum Ausdruck. Wage, du hast hier eine starke Energie. Klar können wir jetzt. Du hast eine starke Energie hier. Aber ich spüre, wie gesagt, tatsächlich eine Dualität bei dir. Eine Dualität. Was ich denke, du bist gerade in dieser Situation. Das ist dein Zustand gerade. Ich denke, das ist dein Zustand. Aber natürlich könnten wir, wenn du sagst, mir geht es gut. Ich habe überhaupt keine Pläne. Ich habe nichts vor. Dass eine Person in dieser Situation ist. Eine Person. Also jemand ist hier sehr stark am Nachdenken. Das ist deine eigene Energie jetzt. Wage. Eine Person ist sehr stark am Nachdenken. Es wird noch nichts geschehen hier. Also kommende Woche ist hier gar keine Handlung. Wenn man was hier vorhätte, gibt es noch keine Handlung. Weil eine Person ist hier nur am Nachdenken. Am Denken. Und überhaupt, das ist der Herrscher. Der Herrscher riskiert nicht so gerne. Nicht mal beim Schachspielen, sage ich immer. Und du hast hier diese, ja, würde gerne den Herrscher, würde gerne jetzt riskieren. Es kann schon möglich sein, dass der Herrscher sagt, ich möchte jetzt riskieren. Ich riskiere. Ich bin sogar am Nachdenken darüber. Ja? Ich bin sogar am Nachdenken darüber. Soll ich doch riskieren? Ja? Weil es zeigt sich hier eine neue Person in deiner Energie. Sag ich es dir. Wage. Es zeigt sich hier eine neue Person. Ich denke schon. Ich denke schon. Ja? Die Energie ist das. Warte mal kurz. Genau. Warte mal kurz, bitte. Ich sehe dich glücklich. Wage. Das ist was, wie ich dich sehe. Ich sehe dich glücklich. Du warst traurig. Du warst traurig und dir ging es nicht gut. Ja, das sieht man. Aber ich sehe dich heute glücklich. Ja? Ich sehe dich glücklich. Und deine Energie ist ermächtigt. Tatsächlich. Du hast eine starke Energie hier. Es kommen Entscheidungen. Nochmals. Die Königin der Stäbe zeigt sich dreimal. Standzeichen Löwe. Also die Königin der Stäbe zeigt sich bei dir dreimal. Ja. Es kommen hier Entscheidungen. Man trifft hier klare Entscheidungen. Dieses erste Schwert da. Diese Karte spricht über Klarheit und Entscheidungen, die ich treffe. Was ich interessant finde, ist, Wage, dass der Herrscher, wie du siehst, diesen Herrscher, trägt auch ein Schwert hoch. Das finde ich nur interessant, ja? Weil nicht in allen Kartendecks zeigt sich der Herrscher nämlich so. Ja? Das finde ich halt interessant hier. Warum? Weil auf diesem Kartendeck siehst du den Herrscher anders. Das ist eine Person, das ist ein Geschäftsmann. Eine Person, die arbeitet, sehr viel arbeitet. Diese Person arbeitet sehr viel und macht Geld. Diese Person ist sehr erfolgreich. Hier sieht man so eine Person. Aber dann hier sieht man eine Person, die noch Entscheidungen treffen muss. Der Herrscher hier hat einen Schwert da hoch. Und ich glaube, es gibt keinen anderen Deck, wo der Herrscher sich so zeigt. Interessant finde ich, das erste Schwert da kam zusammen jetzt mit dem Herrscher. Und wir sehen da eine Schwert da. Wage, das kann perfekt über deine eigene Energie reden. Diesen Herrscher hier bist du, Luftelement. Und du wirst hier Entscheidungen treffen. Ja. Deswegen bist du so stark am Nachdenken. Du bist sehr stark am Nachdenken. Das ist auch deine eigene Energie. Wage. Warum bist du so stark am Nachdenken? Weil eigentlich bist du bereits schon in deiner Selbstliebe. In deiner Selbstachtung. Du bist schon in deiner Selbstachtung. Ja. Und jetzt bist du am Nachdenken. Warum? Weil du hier sehr wahrscheinlich Entscheidungen treffen wirst. Ja. Und ja, diese Kombination hatte ich gerade bei einem Standzeichen auch gehabt. Diese drei Geschwärter und das Gericht. Ich glaube Wassermann. Ja. Wassermann hat diese Kombination gehabt. Wage. Wir reden über einen Treubruch. Treubruch von mir aus. Enttäuschung. Nochmals. Du hast ja stark diese Traurigkeit hier. Es könnte sogar mit einer dritten Person zu tun haben. Warum? Du hast hier drei Kälschen. Und hier die Nummer drei Geschwärter. Natürlich kann das hier jetzt mit einer so einer Situation zu tun haben. Egal wie es sei. Ich spüre hier eine wichtige Entscheidung. Und ich denke, wir reden hier über eine Situation, die ich verlasse. Ich fokussiere mich um meine Sachen, um meine Hobbys, meine Arbeit, meine Projekte, um mich, um meinen Körper, meine Termine, meine Finanzen. Ich fokussiere mich um mich. Ich arbeite, ich möchte Ergebnisse bekommen. Wow, gefuerte, noch besser. Gefuerte, Wage. Du hast gerade gesehen, oder? Das ist aufgenommen. Ich meine, das ist alles aufgenommen hier. Du hast gesehen, wie diese Karte rausgeflogen ist. Und weißt du, welche Karte das ist? Du glaubst es wohl nicht. Wage. Das ist der Herrscher. Wage. Was ist das? Du hast gerade gesehen, wie diese Karte rausgeflogen ist. Ja. Und das war der Herrscher. Du hast mit Stetsaschen wieder zu tun. Ich würde sagen, das ist schon mal sicher. Für eine Gruppe. Stetsaschen wieder. Mir ist sogar schwindelig geworden. Also ich meine, jetzt dreimal die Karte der Herrscher auf den Tisch. Ich sehe eine Person, die hier sich selbstständig macht. Du machst dich selbstständig, oder wie? Oder irgendwie rede ich hier für Menschen, die irgendwie was Neues anfangen. Sehr viel Erfolg zeigen. Das ist einfach eine starke Energie hier. Wage. Das ist der Herrscher nochmals. Das ist die Arbeit. Das ist eine wichtige Firma. Du hast die Münzen. Die Karte, die Liebenden. Ich sage dir eine Sache, Wage. Du triffst hier einen Entscheid, okay? Das kannst du mir glauben. Skorpion, nochmals hier. Nochmals die Gedanken. Du hast einen Wunsch, Wage. Du hast schon einen Wunsch. Und ich spüre bei dir Veränderungen. Veränderungen sicher. Weil du was Neues anfängst. Du fängst was Neues an. Das ist die Liebe von mir aus. Das ist die Arbeit. Du fängst was Neues an. Aber das hier hat erstmal mit einer wichtigen Entscheidung zu tun. Natürlich. Deswegen zeigt sich für dich dreimal der Herrscher. Der Herrscher handelt nicht von heute auf morgen so schnell. Der Herrscher denkt sehr viel nach. Und Wage, du bist gerade in dieser Energie drin. Du bist in der Energie von einem Herrscher. Du wirst sehr viel über diese Situation nachdenken. Aber dass du einen Wunsch hast, hast du einen Wunsch. Dass du eine neue Leidenschaft hier hast. Es zeigt sich eine neue Leidenschaft für dich. Dass du nicht riskieren möchtest. Nicht so schnell riskieren möchtest. Mag sein. Aber früher oder später trifft du hier eine Entscheidung. Du verlässt deine Situation und fängst was Neues an. Diese Karte könnte sogar über einen Umzug reden. Du verlässt deine Situation und fängst was Neues an. Du entscheidest dich für was Neues. Egal worüber wir hier reden. Ich könnte über alles reden. Weil der Herrscher ist dreimal da. Klar ist der Herrscher eine Person, die in einer familiären Situation sich befindet. Familie hat, Verantwortung hat und so weiter. Aber es gibt hier eine Situation, was mit drei Geschwärtern und das Gericht. Ja, eine Situation ist ja hier. Wow, wow, wow. Wage. Starke Energie, sag ich dir ganz ehrlich. Starke Energie. Das merkst du selber, oder? Ich sehe schon, dass du in einer Nostalgie bist, ja. Es gibt eine Art von Nostalgie bei dir. Das sieht man mit fünf und fünften Kerlchen. Die Nostalgie ist ja da. Aber ja, die Heilung auch. Denn du bist in einem Zyklus. Du bist hier in einem Zyklus. Wage. Dies sind Zyklus im Leben. Die wir nicht vermeiden können. Die einfach sich ergeben müssen. Weil im Leben gibt es, also was es wirklich gibt, sind Veränderungen. Aber Menschen kämpfen immer dagegen, gegen Veränderungen. Aber eigentlich ist es, was es gibt, Veränderungen. Und ein Zyklus, ja, es redet über eine bestimmte Zeit, die jetzt einfach, die Zeit reif ist. Also die Zeit ist jetzt reif. Einfach so. Ja, also es ist einfach die Zeit für eine Veränderung. Und das ist einfach alles. Ja. Man will das nicht haben. Man kämpft dagegen. Man will einfach nicht das akzeptieren. Man, ja, man wehrt sich. Man ist dagegen. Aber es ist egal, wie wir das machen. Es ist einfach ein Zyklus. Und das ist einfach so. Und das ist, was ich bei dir hier spüre. Ich spüre bei dir dieses Leid, diese Nostalgie. Also, aber klar kann ich so lange, wie ich möchte, in dieser Situation bleiben. Ja, ich kann so lange, wie ich will, in dieser Situation bleiben. Weil das entscheide ich. Ich entscheide, wie lange ich leide. Das entscheide ich. Ja. Und wie lange und wie viel Zeit ich für alles nehme, das entscheide ich. Natürlich. Es ist am Ende nur eine Sache der Zeit. Weil am Ende eine Situation, die sich so ergeben muss, wird sich so ergeben, ob wir es wollen oder nicht. Wir reden hier über einen Zyklus. Und eine bestimmte Situation hier ist reif. Es gibt hier eine Situation, die wir jetzt beenden sollen. Eine karmische Situation, um etwas Neues anfangen sollen. Und der Steinzeichen Wassermann hat die, ich würde sagen, die gleiche Energie wie du. Interessant, aber wahr. Also, wir beenden eine karmische Situation und wir fangen etwas Neues. Diese karmische Situation für dich, Vage, kann mit der Arbeit zu tun haben. Natürlich. Oder mit einem Ehemann, oder mit einer anderen Person, die, was weiß ich, in einer familiären Situation sich befindet. Die Sache ist, wir beenden. Und wir fangen neu an. Und das, was ich neu anfange, egal worüber wir reden, weil die Situationen sind alle verschieden, werde ich lieben, ich werde es lieben, das, was ich neu anfange, werde ich einfach lieben. So zeigt sich deine Energie. So zeigt sich deine Energie. Und ja, du kannst sogar sagen, ja, ich fange wirklich etwas Neues an und das hat bei mir mit meinem Beruf Leben zu tun. Und ich fange neu an und es sieht so gut aus. Du bekommst eine gute Zahlung, du wirst gut bezahlt. Also, ich sehe hier viel Geld bei dir, Vage. Du wirst gut bezahlt, deine, ja, es ist einfach eine starke Energie, ja. Und das ist immer, wenn ich Entscheidungen treffe. Ich entscheide mich für mich, ich treffe klare Entscheidungen und mein Leben funktioniert besser. Es gibt bei mir gar keine Blockaden. Ja, die Blockaden sind nicht mehr da. Weil ich natürlich dafür was mache. Ich treffe Entscheidungen, ich habe Klarheit, ich fange was Neues an. Es gibt sehr viel Erfolg bei dir. Erfolg. Erfolg bei dir, Vage und ich sehe dich glücklich. Du bist glücklich. Ja. So spüre ich die Energie, Vage und so sage ich dir das auch. Ja. Ich meine, die Energie ist die, die du siehst. Und die Karten habe ich dir gerade gezeigt. Jetzt musst du natürlich für dich schauen, was kann für mich das so genau heißen. Weil ich kenne deine Situation nicht. Aber du hast hier eine starke Energie. Eine starke Energie ist das hier. Positiv meine ich jetzt für dich. Es ist positiv. Es ist natürlich nicht ohne Entscheidungen. Du musst hier Entscheidungen treffen, das ist ja wahrscheinlich. Natürlich. Weil wir haben das gesehen. Wir haben das hier gesehen. Und dass du in deiner Selbstachtung bist. In deiner Selbstliebe. Natürlich. Natürlich. Okay, das ist die Energie für kommende Woche. Du hast die Energie von einem Herrscher. Und jetzt wirst du wissen, was du damit machst. Und du hast dreimal der Herrscher. Dreimal der Herrscher auf dem Tisch. In manchen Fällen fängst du wirklich in eine neue Firma an. Du fängst in eine neue Firma an. Du musst verreisen. Du musst unterwegs sein, weil du selbstständig bist. Und ich spüre hier sehr viel Erfolg bei dir. Wage. Und das hat wirklich mit mir nichts zu tun. Deine Energie ist extrem positiv. Und in manchen Fällen musst du sogar umziehen. Ja, in manchen Fällen hat das hier sogar mit einem Umzug zu tun. Wage, das ist die Energie, die ich hier spüre. So spüre ich die. Und so sage ich es dir auch. Ich wünsche dir ja viel Glück. Also danke für deine Likes, für deine Abos. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Und wir sehen uns bald. Wage. Tschüss.